Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Abringen. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Ringt ab. Rang ab. Hat abgerungen. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich ringe ab. Du ringst ab. Er ringt ab. Wir ringen ab. Ihr ringt ab. Sie ringen ab. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich rang ab. Du rangst ab. Er rang ab. Wir rangen ab. Ihr rangt ab. Sie rangen ab. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe abgerungen. Du hast abgerungen. Er hat abgerungen. Wir haben abgerungen. Ihr habt abgerungen. Sie haben abgerungen. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich ringe ab. Du ringest ab. Du ringest ab. Er ringe ab. Wir ringen ab. Ihr ringet ab. Sie ringen ab. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich ringe ab. Du ringest ab. Er ringe ab. Wir ringen ab. Ihr ringet ab. Sie ringen ab. Den Schluss macht der Imperativ. Ringe ab du. Ringen ab wir. Ringt ab ihr. Ringen ab sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb abbringen. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zz.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. – – – – Untertitelung des ZDF, 2020